Ja, das klingt logisch. Ne, total. Also müssen oder müssen? Müssen? Müssen! Müssen ist bestimmt die Mehrzahl von müssen. Wir müssen mehr müssen machen. Ja, müssen wir. Müssen. Müssen. Ich glaube geht alles. Müssen... Oder müssen... Ne, klingt logisch. Das geht alles. Das ist wie mit Taxis und Atlase und Lexikons. Das ist alles das Gleiche. Es kommt aus der gleichen Wortgruppe. Was denn? Wortgruppe müssen oder was? Ne, äh... Wort. Es fängt mit A an oder so. A. Wortgruppe A. A, 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 Wurt. Ja, dann ist das aber ein Wort aus dem Bayerischen. A Wurt. Weißt du? A Wurst? Ne, nicht A Wurst. A Wurt. Oh! A Wurt. A Wurt. Ja. Ja, Mai. Ja, Mai, A Wurt. Oh! A Wurt, ja. Ich habe ein Quad, aber das Quad ist leer. Das Quad, das habe ich auch schon gesehen. Das war ein bisschen komisch. Im Grunde genommen ist da vorne der Bug, wollte ich gerade sagen, aber das ist ja bei den Pfiff drin, ne? Das ist ja... Ja, 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 ja. Und es ist quasi vorne hochgegangen, äh, und, äh, Mai, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, aber nichts gefahren. Wie viele Sprachen bist du da eigentlich gerade durcheinander, sag mal? Ist, ist Pfiff jetzt auch A Wurt? Oder A Wurt? Alda, Alda, was A Wurt, Alda? A Wurt? Krass. Alda, was, macht mich an, oder was? Ja, was, meine Mutter, ha? Was, meine Mutter? Alda, shit, 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 shit. Da sind zwei Leuchttürmes. Ja, dann bist du auch bei Tadahaboy. Ja, hier bei mir ist Loading, der will ich hier irgendwie nicht so drinne. Wieso nicht? Der macht hier nur Loading und hat eben gerade kurz... Da oben läuft jemand, da oben läuft jemand, aber ich kann ihn nicht abschießen. Ja, auf, auf, auf ein Haus oben? Ne, oben auf dem Werk. Wo? Wieso? Warum? Wo? Rohrbruch. Könnt ihr es hin? Wieso? Geh'n die, geh'n die weg, bitte hier. Guck mal, da, da wurde jemand... Why did you hacking gecheatet? He's not a hacker. Oh, no! Also, Ton hab' ich schon mal, ne? Hier steht noch Loading und so. Loading und so steht da. Ja, Loading und so. Genau. 4 Entloading in, äh, Namalsk. 4 Entloading in, Namalsk. Joa, das kenn' ich. 4 von die Zombies und Loading von die... Ah, interessant. Interessant, Profitipp. Wenn sie an der Leiter sind, einfach die Zombies durch sie durchleitern lassen. Ich bin in Lube Lang. Das geht? Ja. Die krabbeln dann, die transformieren sich. Wegen die elementare Bruch in die, in die Dynamiken. Teleportieren die sich durch sie durch und sie können wegkrabbeln. Okay. Ja, oder die Zombies springen von die Dach, das geht auch. So, hier, ich hab' dir wieder angemacht. So, ich bin in Lube Langs. Lube Langs. Habt ihr gehört? Wisst ihr, wo ich bin? Was? Nee, wo denn? Lube Langs. Lube Langs? Das klingt alles gleich. Da hinten ist ne Tankstelle, du. Wollt' doch mal gucken. Guck doch mal. Du, ich glaube, wir sind hier ganz in der Nähe. Ich muss nur die Straße so ein bisschen hinterher. Nach unten, nach oben, nach links. Ja, wo denn nun? Ja, oben, unten, oben, unten, links, rechts, weißt du? Nee, wo, war, wieso, wieso? Günselsen. Hä? Günselsen, hab ich gesagt. Günselsen? Günselsen. Hallo, sag mal, hörst du mir mal zu, oder was? Nee, grad nicht so. Ja, merk ich schon. So, hab ich den Zombie mal mit ner Fackel beworfen. Warum das denn? Warum tust du das? Das brennt doch, das tut auch weh, du. Kann Zombies auch mit Dosen bewerfen. Ich hab gehört, die sterben dann sogar. Und ich bin schon wieder in ner geilen Area. Ja, ich auch. Ich fahr einfach mal Boot jetzt, so. Ja. Geht das? Geht gar nicht. Wie? Wieso kann ich denn nicht Boot fahren? Da fährt jemand anderes Boot. Dann fahr ich mal mit ihm Boot. Ja, ich will auch noch fahren. Ach, guck dir das an, du ein schönes Boot hat er da. So, ich bin drin, du. Kann ich Gas geben? Nö, er kann Gas geben. So ein schönes Boot ist das, so. Guck ich's dir an. Oh, ich hab mich die Beine verbrochen. Wieso? Ja, und ich blute hier, du. Das geht gar nicht. Oh Mann, ganz ehrlich, ey. Das ist doch nicht so eine Sache. Das Teil ist auch, aus diesem Area hier kannst du raus. Indem du einfach unten rausschwimmst. Du brichst dir dann zwar die Beine, aber hast halt ne Waffe. Und wenn du vorher noch mal viel mitnimmst, so dann, weißt du? Ne. Ne, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Kannst du das mal ein bisschen genauer erklären? Ja, ihr müsst halt einfach ein bisschen schwimmen. Ich hab gebrochene Beine, das ist mit Schwimmen so ein bisschen. Ne, man krabbelt dann unter Wasser. Komprimier-Problematisch, sagst du? Komprimier-Matisch, genau. Ist sich das der korrekte Fachausdruck? Das ist das Fachausdruck für... Es geht gar nix. Ja, ist das auch A-Wort? Das gehört... Ne, das ist ein B-38-Wort. Achso. Ja, ich krabbel hier mal an Land rum. Ja, ich sauf hier mal ab so ein bisschen. Ich bin quasi hier so ein... Oh, irgendwer zieht ja auf mich. Ja, der fisch auf den Boden drin. Das war mir nicht gut. Wie du siehst den. Ah! Ah! Ah, der schießt auf mich. Lass mich Ruhe, lass mich Ruhe, lass mich Ruhe, lass mich Ruhe, lass mich Ruhe! Lass mich! Ich krieg hier irgendein Boden rum. Ihr habt hier nix getan! Hilfe! Hilfe! Warum blute ich überhaupt? Hilfe! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein. Ich sehe hier gar nichts. Ich kriege hier auf dem Meeresgrund rum, ne? Nein, 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 nein. Komm schon, komm schon. Die Schüsse hier treffen neben mir. Ah, nein, 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 nein. Ich kriege hier auf dem Meeresgrund rum, ich sehe hier nur Weiß. Was zur Hölle ist los? Nein, 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 tu es nicht. Wer zieht sich denn da? Weiß ich nicht. Ich sehe hier nichts, ich sehe hier nur Weiß, ich kriege auf dem Boden am Wasser. Ja, dann bist du im Wasser, genau. Dann musst du einfach krabbeln Richtung Land. Dann krabbelst du unter der Marikade durch. Ich sehe hier nur Weiß. Ich kriege auf dem Meeresboden. Ja, wenn du dich bewegst, geht das aber manchmal weg. Teddy, bist du der mit der Axt? Nein, ich bin der mit der Schraubflinde, der auf dem Bandit da hinten ist. Hier geht es theoretisch hoch, aber da komme ich nicht hoch, du. Aber hier kann ich unterdurch, so. Ja, ja, du kannst halt unterdurch, genau. Und wie weit muss ich laufen? Ja, nicht weit, aber du gehst halt unterdurch, so. Ich bin unterdurch, du. Ja, ist doch gut. So, dann passiert hier nichts, dann bleibt hier alles Weiß. Ah! Ich bleibe jetzt einfach stehen unter der Erde. Und ich bin schon wieder durch. Lass mich leben, ich tu dir nichts. Ich finde das lustig, dass der Typ ja auch unendlich Luft unter Wasser hat. Ja. Wahrscheinlich ist das in diesem Spiel nicht vorgesehen, dass man... Tauchen, ne? Teddy, siehst du den Typen, der hier links kniet, irgendwie? Nein! Ich wurde Reset-Hort! Och, Leute! Das macht doch kein Spaß! Noch ein bisschen Risotto. Hätte ich auch Lust drauf jetzt. Noch ein bisschen Risotto, genau. Oh, Mann. Resort the server, ey. What the fuck? Meine Damen und Herren, in der linken Ecke sehen Sie bla 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 bla. Ich schwimme jetzt einfach mal raus mit gebrochene Weine, das ist mir noch zu blöd hier. Halalala. War cool, ich bin sogar rausgekommen. Hätte ich mir bloß ne Waffe mitgenommen. Ha! Jetzt hab ich keine Waffe, hab ich mit draußen. Vielleicht kann ich gleich mit dem Panzer fahren, da vorne war ein Panzer. Hm. What the fuck? I'm outside, bitches! Hm, ich schwimme unter Wasser. Ja, ja. Ja, ich krieg auf den Grund. Ah! Und du kannst aus dem Ding rauskrabbeln. Ich kann hier nicht rauskrabbeln, ich krabbel irgendeine Richtung, es macht nichts. Ja, ja, ich krabbel in die richtige Richtung und dann kannst du rauskrabbeln. Ja, wo ist die richtige Richtung? It's bold. Also bei mir wurde es manchmal heller. Von Grund auf frisch. Ja. Das wird bei mir auch mal heller, mal weniger hell. Jetzt seh ich zum Beispiel meinen eigenen Typen nicht mehr. Doch, jetzt seh ich die Beine wieder. Nein! Ich bin tot. Das ist ja deprimiert. Joa, bisschen. You are dead. Oh, hier geht's wieder bergab. Die Frage ist, jetzt bin ich tot. Was kann ich denn erst machen? Escape drüben. Please go to Player Selection Screen and continue in game. Wat? To continue in game? Wat ist denn Player Selection Screen? Barot. Wie komm ich denn dahin? Schwimm doch, Minion, schwimm. Boah, cack. Ah! Gieß da! Geht nicht! Hallo! 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 Ich lebe wieder! Ich bin tot! Abort. So, dann wollen wir mal abort. So wie abortion. So wie abortion? Ja. Abort! Aus diesem Teil kann man sogar rausschwimmen. Das ist ja Ultraöl. Dish Connect? Nein, ich bin nicht deutsch. Okay. 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 Dann machen wir mal neu laden. Neu laden. Okay. Hier steht ein Panzer. Das ist ja fast lustig. 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 Tralalala. Alalalala. Bald bin ich mit meinem sozialistischen Panzer da. Ja. Jens, bist du eigentlich schon rausgesprungen jetzt, oder was? Sehr gut. No. Natürlich ist es gut. Das ist ja auch der Sozialismus. Fügst dir an, du weißt, was ich schreibe. Hier, eins regrüben. Regrüben! Regrüben! Ja, ich bin ja am regrüben. So, jetzt bin ich mal gespannt. Kann man in diesen lustigen Panzer einsteigen? Und, 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 und. Ja, das geht! Null! Was? Kann man damit schießen? Kann man damit schießen? Kann man damit schießen? To Gunner Seat. Suit. Seat. Oha, wie geil. Oha, lol. Hat er unendlich Munition. Ist das Ding gut? Kann der was? Verstöre. Auf jeden Fall, ich kann... Alter, das ist ja richtig krass hier. To Backseat Commander. Erstmal To... Ne, To Driver hier. Wollen wir erst mal ein bisschen rumfahren, so. Ist das geil. Ich fahr mit so einem lustigen Panzer hier. Ich mach mal den bei Rommel an. Ich fahr damit einfach mal weg jetzt, glaub ich, wa? No, 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 no. Da fährst du wohl weg, wa? Die Geister. So, immer noch Löding. Oh. Ö, Löding, spät bei mir höch, du. Ihr kriegt mich nie. Entschuldig. Na, wo ist denn hier der allgemeine deutsche... Ne, der allgemeine Radio von Deutschland? Der ARD. Der ARD. Das ist gar nicht. Ja, das erste. Aber irgendwie kommt da nichts raus hier. Oh, oh. Setup komplett. Please, state. Brenn's Bay. Ich bin schon wieder... Ich bin schon wieder in der Bay. Ich bin schon wieder in... NEMS Factory. Ja, mich hat's grad schon wieder geportet, no? Komm mal an. Es ist ja nicht diese Schweinerei. Ja, nö. To Driver. Ich glaub, ich hör dich ein- und aussteigen. Mich? Oh, ja. Nee. Hörst du mich gefahren? Ja, hör ich. Warte mal, hörst du mich auch schießen? Warte. Ah. Hast du mich schießen gehört? Schießt mich? Hörst du mich schießen? No, ich hör dich nur fahren. Warte mal. Na? Hat das Ding keine Hupe? Nö. No, nö. Wahrscheinlich nicht, no? Wo hörst du mich denn fahren, no? Ja, nach draußen, no? Bist du in dem Area? Ich bin in der Area. Ja, komm doch noch mal raus. Ja. Nö, weiß ich nicht. Wo, wo, wo geht's denn hier raus? Ah, da! Ich seh dir! Ich seh dir! Ich seh dir! Na, warte mal da. Warte. Du, warte. Warte mal. Kann ich damit nicht ins Wasser fahren? Ich guck mal, ob damit das Wasser fahren kann. Ich bin schon wieder bei der... bei der... bei der Old Victoria. Ich bin immer noch auf die Insel. Geht nicht. Na, ich guck mal, ob ich hier raus geschwommen kann, ne? Ja, mach das doch mal. Oh, ich bin nämlich in Combat. Ich glaub das Ding hat sich grad verfahren. Festgefahren. Was? Kann man damit... Man kann damit schwimmen. Ja, es ist ein Schwimmpanzer. Oh, wie geil. Ja, sehr geil. Lalalala. Damit kann das Boot von eben aber nicht gegen andere. Ich komm hier aber nicht raus. Doch, du musst warten, bis das Wasser runter geht und dann kannst du da unten drunter schwimmen. Ah! Bring mal ein Bloodpack mit, wenn du hast. Ich hab mir grad die Beine gebrochen. Ja, ja, das ist normal. Ich blute! Ja, ja, das ist auch normal. Warum tanze ich auf einmal? Wieso bin ich tot? Das ist nicht normal. Ich will aber nicht tanzen. Hör doch mal auf, doch! Super! Ha! Ha! Super! Ha! Ha! Dann fange ich nicht. Ich bin der Musiker runter. Oh! Ja. Du kannst das Ding! Du 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 du! Boah, wollen wir jetzt vielleicht doch mal ein anderen Server, dass wir noch mal ein bisschen aktiv was machen können? Ich mache die halt auch sehr schön. Ich mache die halt auch sehr schön. Ich habe da voll Hunger auf irgendwie Döner oder sowas. Ja, du wolltest ja ausgehen, hast du mal gesagt. Ja, ich warte immer noch. Ja, ist auch noch oder was? Ja, ich habe mal die Angine aufgemacht. Jetzt reload ich mal hier. Toganes. Aus meiner Sicht hört sich das ganz witzig an. Aber ich muss hier erstmal meine schöne Axt nachladen. Eject. Irgendjemand DM-Harmonie? Negativ. Aber ach, was soll das kommen? Ehrlich hier. Disconnect, abort. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich irgendwie nochmal in der nächsten Aufnahme. Bis gleich. Ciao. So ein bisschen, ja.